Hallo Leute, willkommen Info-Video. Was ist heute für ein Tag? Erstens am 16. von 18 bis 19 Uhr wird gezockt mit euch im Teamspeak und ich nehme das auf. Es wird Trouble in Terrorist Town gespielt. Da hockt die Mausie door. Direkt da hinten dran. Mentor, weh, du kommst nicht. Mentor und Alphonaute, ihr müsst kommen. Ihr wisst nämlich wie das Spiel geht. Guck mal was ich für einen coolen Ding bekommen habe. Hier ist meine Station. Kommt, zack auf meine Station. Nur die Station, keine Sorge. So, hier. Das ist die Improvisierte im Vergleich. Das bin ich, das ist meine Freundin. Damit ihr trotzdem Videos erhaltet, ist hier alles. Und das ist ganz wichtig, das hier. Ohne das wüsste ich nämlich nicht, wieviel Uhr es ist. Bald ist Weihnachten, vergesst es nicht, ne? Wenn ich jetzt die Geschenke dann im Baum, äh, in dem Baum liegen bleiben. Das ist bei euch auch ein Erdbeben gerade, also bei mir ist ein Erdbeben. Und herzlich willkommen an die neuen Abonnenten. Das sind irgendwie zehn geworden oder so. Zehn neue, jetzt seit einer Woche. Und hallo. Ich hab heute 13 Stunden gepennt. Und wenn ihr jemanden kennt, der Kaffeemaschine repariert, äh, schreibt in die Kommentare. Gastro-Back mit Siebträger. Eine Siebträgermaschine von Gastro-Back. Es handelt sich um alles. Das reicht. Nein. Das reicht. Ciao.